hallo lieben schön dass ihr eingeschaltet habt ihr seht hier zwei freunde kann man schon sagen die ihr auch alle kennt ist einmal friedrich friedrich krüge hallo friedrich mein bester claudius claudius farbig schön dass ihr hier seid was wir jetzt machen ist absolut authentisch warum ich sitze hier und schwitze weil wir sind 30 grad im schatten wir machen jetzt freestyle weil wir der meinung sind wir drei kommen mal zueinander und werden einfach mal einmal die woche mit für euch zusammen diskutieren über dinge die uns am herzen liegen und viele von euch ja teilweise auch wissen wollen wie wir bestimmte singen dinge sehen manche sachen sehen wir auch kontrovers und deswegen gebe ich mal dort an claudius weiter wie kam es dazu warum sind wir heute hier ist entstanden ich wollte einmal mit meinem großen star zusammen eine sendung machen und deswegen habe ich gesagt friedrich vielleicht kriegst du dann zusätzlich auch den heiko mit an bord wäre ja auch schön okay genau muss man fairerweise sagen es war tatsache so du hattest den termin mit friedrich ihr habt ja aufgrund seines neuen extrem erfolgreichen buch buchs das ende der uns bekannten welt hat hassen interviewt und irgendwie kam ein sprich zustande ja und das ist ja nicht so lange her glaube ich letzte woche war das und auf einmal riefst du an unser heiko freue mich ganz doll dass wir jetzt zusammen eine talkrunde machen wie bitte eine talkrunde davon weiß ich gar nichts wir hatten es so entstanden die idee mit friedrich lass sich mal erklären hat gesagt okay für dich somit mal erklären aber ich habe sofort zu ihr gesagt wir müssen das machen wir müssen raus wir sind drei unterschiedliche typen und ich sage mal so das beste überhaupt ja vor allen dingen drei generationen deine generation meine generation und die von friedrich genau und wir waren ja wir waren ja im grüne bald drehen claudius wir haben glaube ich in der besten hintergründe von einem video präsentiert die man nur haben konnte so ein schönes boot deutschland flagge gefahren was nicht engagiert war übrigens an der stelle mal alle die bei dir auf kanal der zuschaut haben vielen dank von meiner stelle das waren ja wirklich traumhafte kommentare und jetzt viele nette und liebe worte also habe ich mich sehr gefreut und kurzer info schon vorab kann sein dass der ton heute noch ein bisschen wackelig ist wir sind sozusagen pilot sendung heute werden dann noch für euch verbesserungen vornehmen könnt ihr ja noch mal reinschreiben wie auf euren geräten war der ton dass wir da bescheid wissen so ist am anfang immer wenn man anfängt wir haben überlegt was machen wir wenn wir das hochglanz mäßig machen dazu hätten wir irgendwelche techniken noch besorgen müssen bestimmte mikros und dann haben wir entschieden nein wir sind authentische menschentypen ihr seid auch unsere zuschauer und da unterscheiden wir uns vom mainstream habe ich von vor 20 jahren von jemandem der weg nie vergessen der war wie heißt der kammer diener im bundestag war hochinteressant die sitte spricht sind die typen die mit dem wrack immer ich weiß nicht ob sie noch mit dem wrack oder ob setzen eine robbe anhaben die regenbogen fahren mäßig ist ich weiß nicht aber damals gab es noch eine zeit da sind die so hingerannt mit diesem kennst du da war ein brief drauf von a nach b mit so einem typen habe ich vor 20 jahren gesprochen und der hat mir gesagt weg nie vergessen dass ich noch weiß die schlimmsten von allen die schlimmsten sagt da sind die grünen und zu dem zeitpunkt kennst du da haben wir eine unterschiedliche meinung ja claudis war ich damals schon nicht wählen und da habe ich gesagt warum hat mich trotzdem interessiert sagt er das sind typen brot für die welt und torte für uns und jedes mal wenn eine kamera in der nähe ist grinsen die kaum weil die kamera weg die haben mich wie der letzte dreck behandelt war hochinteressant für mich also damals 20 jahren haben die cdu leute waren eigentlich die die am höflichsten mir gegenüber waren nette leute und die grünen war so als ob der letztes komm her ja hier mach mal dies das kaum kamerati ja hallo so und das war die meinte wir sind authentisch egal ob wir jetzt schwitzen bei denen wir sind wie viel grad das draußen sind 30 grad oder so im schatten völlig egal wir machen es für euch und deswegen wollen wo wollen wir anfangen du bist der tages aktuelle typ wir sind ja nicht so drin im tagesgeschäft wie du claudius willst du uns auch was erzählen ich finde ich finde es schön mal zumindest anzustreifen das thema im grundgesetz steht ja unsere flagge schwarz rot gold als die staatsfahne und die frage steht ja im raum ist es nicht schon eine delegitimierung des staates wenn man an die staatsgebäude wie den bundestag des bundeskanzleramt bundesverteidigungsministerium plötzlich eine eine regenbogen fahne hängt die nicht mal den regenbogen repräsentiert das sind ja eigentlich sieben farben plötzlich sind es bloß noch sechs ob das nicht schon eine delegitimierung des staates ist und ob das nicht grundgesetz feindlich ist denn im grundgesetz steht ja unsere fahne ist die schwarz rot golde farbe goldene farbe finde ich interessant was auch im namen dieser fahne so gemacht wird stichwort christopher street day wo jetzt also vorgestern kleinstkinder sich geschlechtsteile von männern angucken konnten mussten sollten in berlin finde ich finde ich interessant in welche richtung unser land also gerade er geht wird ist ja sowieso ein spannendes thema mit diesem ganzen flagge und so ihr kennt aus schweden ich bin oft in schweden unterwegs da ist es ja so dass du wirklich eigentlich an jedem haus noch die schweden flagge hängen hast teilweise so ja mit den regional flaggen noch dazu also wo dann wirklich noch die kleine kommune so ihr haupt hoch hält und die leute sich freuen und verbinden darüber und in schweden hast du zum beispiel in den supermärkten hast du so aufsteller wo du schweden flaggen schweden kugelschreiber alles mit schweden kaufen kannst aber nicht für die ausländer oder touristen sondern für die schweden selbst also das sozusagen so verbreitet dass man diese flagge hoch hält dass so einem supermarkt dazugehört dass man sich da etwas holen kann und in deutschland ist ja nun genau das gegenteil wird auch immer schlimmer und das spielt aber aus meiner sicht so ein bisschen zusammen was du jetzt sagst wie man zu seinem land steht zu dem was heiko davor gesagt hat mit den grünen ohne das zu stigmatisieren das ist ja diese wohlstandsverwahrlosung die gefühlt in meiner generation sehen dass sozusagen leute sind so die suv-fahrenden grün wähler die man auch in berlin ja zuhauf antrifft und das erlebe ich auch bei mir selbst draußen auf den ländlichen regionen dass das die leute sind die sagen deutschland flagge und so geht ja alles ja nicht alles ganz schlimm aber zu hause stehen drei suvs rum und die kinder die sich dann auf der straße kleben oftmals weil sie keine andere identifikation mitbekommen haben das sind dann oftmals die die diese wirklich in so extremem wohlstand groß geworden sind und die ja nicht mehr kennen wie die schweden jetzt zum beispiel zurückzukommen die noch mit ihren eigenen händen viele arbeitet haben ja aber ich bin der meinung nicht falsch verstehen ich meine da haben wir wahrscheinlich keine schnittmenge so ich glaube ich habe da schon komplett losgelassen wirklich komplett weil das ist nicht neu das thema höre ich schon vor 15 jahren hat ein freund von mir der ist auch in diesem ausland erlebt in portugal der hatte damals eine große sek einsatz wegen nichts und wieder nichts ist ohne eigentlich eine interessante story muss man fairerweise sagen schon so lange her da hatte eigentlich schon angefangen wo man gegen leute vorgegangen ist die sei mal so genannte systemgegner sind und er hat mir damals vom flaggen gesetzt was erzählt spricht ein thema was du gerade besprochen hast an flaggen gesetzt das ist eigentlich irgendwo hinterlegt dass wenn ich daran glaube dass es gesetzmäßigkeiten gibt wenn aber wie du weißt oder ich glaube daran dass mittlerweile die juristerei sich völlig abgekoppelt hat von den ganzen gesetzen sondern das sind ähnlich wie in totalitären regimen im endeffekt urteile ich sage nur das aktuelle urteil was du in der sendung gebracht hast die beiden ärzte die jetzt ins gefängnis mussten wegen masken atteste und deutschland wird vergewaltigt die clans können machen was für wasse wollen aber es kommt es geht doch immer weiter wir können jeden tag uns immer wieder neu aufregen ich meine ich habe vor über zehn jahren mein erstes buch geschrieben und ich sehe doch die leute über die jahre die meisten sind depressiv die sind völlig am ende also die leute die wie wir erwacht sind die kommt teilweise damit gar nicht klar und jeden tag kommt die nächste lüge die lüge die lüge die lüge lüge und deswegen belegt der meinung sollte man einen anderen weg einschlagen meiner meinung als jeden tag sich darüber gedanken zu machen wie wir verarscht werden weil es ist leider china so gewesen bei mauer es ist kennst du selber in kambodscha in siebster jahren darf man nicht vergessen da sind zwei millionen menschen umgebracht worden wird gar nicht groß thematisiert bloß also in dem fall von kommunisten bloß weil sie einfach eine andere meinung hatten und ich muss fairerweise sagen deutschland ist auf einem ganz schnellen weg gerade dorthin in diese richtung geht es dort gleich fertig in meiner neuen sendung heute habe ich eine statistik mal hochgehalten die war für mich so einleuchten die gestern gefunden ist der hammer kannst im internet finden da geht es darum alle länder der welt zusammen genommen christophers sweet dates im jahre 2023 wie viel finden statt mir ging es um polen ich wollte einfach nur wissen machen die sowas auch oder nicht muss ich feststellen ja die machen ein csd wo auch immer einen im jahr weißt du wie viel deutschland macht eigentlich cloud ist der club ist was für deine neue sendung im jahr na also wir sind inzwischen schon bei tausend bestimmt oder nein 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 so ist es nicht also wird jetzt ein bisschen spannend für die leute rüber zu bringen habe jetzt die liste nicht da liegt im anderen raum finnland ich habe es aber im kopf groß finnland macht eine veranstaltung tschechien macht eine veranstaltung spanien glaube ich aber ich nicht fest macht drei oder vier deutschland macht 156 es gibt kein land kein land auf der gesamten welt egal wo was dreistellig csd feiert und das ist aus meiner sicht die statistik das sinnbild überhaupt für die deutsche gesellschaft die masse hat sich dafür einfach entschieden dafür kann ich jetzt aber nicht dass sie titanik noch anstreichen mit einer regenbogen fahne und und dann feiern wie toll es ist aber ich sehe da kein kein grund dass sich da was ändern sollte sag ich das mit ist na ja wobei ich entschuldige ganz kurz ich widerspreche ich widerspreche ungern ich muss es aber tun ich glaube nicht dass es die masse ist ich glaube dass die majorität der menschen einfach nur unpolitisch sind und sich nicht interessieren das interessiert sie nicht sie gehen da nicht hin sie gucken sich nicht an sie sie begreifen aber auch nicht was das für eine symbolik ist ich glaube das ist eine klar ganz ganz kleine minderheit die das organisiert die das den der gesellschaft aufoktroyiert und ich sehe darin auch eine gewisse form der provokation also auch eine provokation derer die die das ganz anders sehen also wir werden provoziert und es soll es soll eine reaktion erfolgen um dann zu sagen seht da haben wir es doch gewusst ihr seid reaktionär ihr seid homophob ihr seid und so weiter und so fort letzter satz als ich in der schule war war der der hauttyp 6 der war der star bei uns ja und bei uns war der schwule in der klasse auch der star und ich natürlich gibt es das es gibt homophobe es gibt sicher auch eine form des rassismus gegen dunkelhäutige aber ich sehe das problem nicht in deutschland und ich habe gelogen es war der letzte satz es war der vorletzte die amerikanischen soldaten sind nach deutschland gekommen die haben die schwarz die hatten natürlich schwarze gis die haben hier teilweise geheiratet die haben weiße frauen geheiratet und da gab es eine dokumentation vor jahren auf arte wo die schwarzen gesagt haben wir sind in deutschland ausschließlich 1945 bis 50 51 nur gut behandelt worden wir haben nichts negatives erlebt dann sind wir zurück nach amerika und sind bespuckt worden weil wir eine weiße frau mitgebracht haben damit sagen wie das thema wir müssen jetzt hier was für die liberalisierung der der schwulen und lesben tun das ist aus meiner sicht eine künstliche front die aufgemacht wird um abzulenken und wir werden abgelenkt weil es soll digital währung eingeführt werden sollen ganz andere sachen passieren und das soll uns nur ablenken und gegeneinander aufbringen ja aber es ist auch mal sehen warum das halt so diese sache in deutschland so angenommen wird kann ich ja sag mal meiner generation die kennen ja ganz ganz viele jetzt auch beim csd waren die da wo ich dann sehe halt so bei instagram und krone was da so geteilt wird und auch leute mit denen ich sehr gut in kontakt stehen die ich sehr gerne habe die da waren und man muss immer sehen diese dieser angriffspunkt sozusagen wo die leute abgeholt werden ist diese über den csd und ähnliche veranstaltungen eingestet immer gleich auch bei klima und co wird quasi in den raum aufgemacht wo dir gesagt wird wenn du dafür einstehst dann bist du richtig und dann bist du gut so wie du bist wenn du so und so text und das ist dieses grundgefühl dieses sich selbst wertgeschätzt fühlen sich selber angenommen fühlen in der gruppe zugehörigkeitsgefühl was dadurch getriggert wird was die leute alle nicht mehr erlebt haben in ihren familien und in ihren kommunen und dadurch wird da kompensiert wird es ganz oft ich sehe ganz oft menschen die gerade jetzt so meinem alter anfangen bis 20 die total in den seilen hängen psychisch manchmal die probleme haben und das ist alles nicht abwehr gemeint sondern kann voll nachvollziehen warum das so ist weil die oft in ihren familien überhaupt keine liebe bedingungslose zuneigung das ist alles ja nicht mehr vorhanden sind sag mal schutt und asche groß geworden auf der emotionalen ebene und suchen dann in diesen angeboten die ihnen davon ausgemacht werden irgendwie die teile sozusagen zu kompensieren kann einem oft dann eher leid tun oder vor allem ist es halt ein problem dass es instrumentalisiert wird aber das ist aus meiner sicht so ein thema dass diese familienstruktur in deutschland schon so zerbrochen ist dass sie deshalb so gut angenommen wird überhaupt ja aber das ist doch uralt also das hatten wir damals auch schon in den büchern jahrhundertlöger 1 2 schrieben die umerziehung des deutschen volkes hat angefangen nach 45 das ist nicht irgendeine verschwörungstheorie ist aktenkundig kannst du überall nachlesen mittlerweile wie das abgelaufen ist für das soweit alle einzelheiten zu erklären das wurde step by step gemacht so es wurde aber in den letzten zehn jahren vollgas gegeben muss man dazu sagen also die haben wir immer die hätten ja niemals mehr so ein ding vor 20 jahren kommen können wäre undenkbar ich erinnere noch dran gerne immer an 1990 fußball weltmeisterschaft deutschland wurde weltmeister war unvorstellbar also da war eine euphorie in dem land diese endlich war das land war geteilt jahrelang jahrzehntelang die menschen die bilder sind alle bekannt bornholmer straße haben sich um den arm gelingen familien wohnen zerrissen also wir waren hatten hoffnungen ja wir sind ein volk ist ja normal wenn du man hat den leuten alles weggenommen jetzt sind sie wieder vereint und diese euphorie wurde wieder gespiegelt letztendlich auch über die rationalmannschaft unter teamchef beckenbauer damals so genau da war der punkt als kennst du ja selber alle claudius und friedrich wo gesagt worden ist auf keinen fall darf deutschland irgendwie stark werden und da wurde schon angefangen alles zu unternehmen ob mit nun herhausen war der 89 umgebracht worden ist 91 rohwetter deutsche bank rohwetter treuhand und so ging es ja schlag auf schlag so und wenn man sich anguckt was in den schulen abläuft ich habe ja selber kinder das ist ja viel krasser weil du sagtest ja heiko das ist nicht die masse aber guck dir noch mal an was nachkommt unbeschreiblich das ist eine indoktrination das ist wirklich vergleichbar was ich mal gesagt oder kambodscha fehlt eigentlich nur noch dass sie nicht die blauen hemmen anziehen sondern die grünen hemmen was denn war nicht der fdj blaue hemmen und rennen auch noch los die wissen nichts mehr da gibt es auch keine logik du brauchst mit denen auch nicht argumentieren ich kenne das ja mal mit meiner tochter rede was die den in der schule beibringt gar nichts nichts also die wissen gar nicht die wissen nicht wer richard wagner ist die wissen nichts von irgendwelchen deutschen kultur gut gar nichts das nichts vorhanden aber wir müssen alle mehr gegen rechts tun das wissen sie und afd ist das schlimmste war das gibt das wächst nach will ich damit nur sagen da muss man halt an der stelle das ist ja mit dem erkennen erwachen verändern schön komprimiert zusammengefasst den weg den da jeder selber gehen kann wenn man das erkennt sozusagen bestimmte muster die ablaufen und auch bei sich selber darum geht es ja mal bei sich selber auch mal zu hinterfragen dann bringt zeit nichts wenn man weiterhin darüber schimpft sozusagen zum beispiel dass der csd ist und man sagt den jungen leuten ihr seid ja bescheuert dass er dahin geht sondern man muss halt das verständnis aufbringen und die empathie weil anders reichst du auch keinen menschen so das ist wenn du jemandem sagst du bist ja bescheuert da wird derjenige mit sicherheit nicht irgendwie darüber nachdenken was er tut oder wie auch immer sondern man muss eben verstehen warum warum findet es fuß und das sind schon über jahrzehnte abläuft da wissen wir jetzt oder zumindest sind wir der meinung das zu wissen aber die meisten leute kann man emotional einfach eine leere und versuchen die irgendwie zu füllen von außen und man muss die leute da so ein bisschen abholen wie du das machst mit deinem neuen buch neo du hast du hast in deinen büchern auch drin und ich habe ein blick bekommen in eine neue die anspannende projekt aber sagen wir noch nichts darüber wo du dran bist und da sozusagen zu gucken wie wie kann man dann wirklich in diese veränderung kommen wie kann man die leute trotzdem ernst nehmen wertschätzen und da abholen wo sie sind auch wenn sie vielleicht ja einen anderen kurs verfolgen als man selbst ich soll zwar sagen alles schweigt also ich glaube ich bin ja fest davon überzeugt dass die realität dass das leben das von ganz alleine regelt und zwar zeitnah ich glaube dass das was jetzt auf gesellschaft nicht nur in deutschland europa sondern gesellschaftlich in der welt passiert ganz viele dinge von allein regelt und das wird dann positiv okay jeder mensch hat recht ich sage mal bruder hat ihr sagt euch also jesus sagt euch geschehen nach euren glauben und er hat gesagt bruder jeder mensch erschafft sich die welt mit seinen gedanken deswegen hat grundsätzlich jeder recht weil es ja keine objektive welt gibt ich persönlich bin freund davon zu sagen lass uns doch mal die perspektive wechseln deswegen bin ich ein nachtmensch und freue mich jedes mal drüber und ich habe schon x-mal vollmondnächte festgehalten weil ich mich dann meditativ in die lage versetze ich bin stern viel spannender kann es ja machen meditation ich bin der stern der guckt runter der tut mir gefallen ist so lächerlich was wir überhaupt hier besprechen ich weiß aber da guckt der stern auf dem staubkörnchen was irgendwo blinkt am ende und das nennt sich der hat das ist ein planet der nennt sich irgendwie erde hat man mal so gesagt auf diesem planeten da rennen die leute ein ganz nervös hin und her bringen sich um und der stuhl der stuhl versäuchen das wasser und die bäume weil wenn er denken könnte jeder stern oder wenn er jetzt ein außerirdisches raumschiff unterwegs wäre würde das über funksprüche empfangen nur was hier abläuft wo die sagen um gottes willen da müssen wir jetzt schnell weg das ist ja für die geistige störte also in der unendlichkeit des universums man redet man redet über parallel universums ja mittlerweile problem ist es der verstand sich die unendlichkeit nicht vorstellen kann wir wären ja so konditioniert und dressiert hätte ich selber muss ich wirklich sagen nicht für möglich erhalten und an der stelle ein großes kompliment an dich claudius bewundere ich immer wieder den enthousiasmus den du rein bringst und die argumente wo du recht hast mit den corona maßnahmen was die mit den leuten hier gemacht haben ist unvorstellbar in dem land und die gleichen leute sind immer noch irgendwo an der macht wie kann das sein und so geht es ja immer weiter ob wir jetzt nun draußen jetzt verbrennen macht zwischen wir sind alle weg also die lüge ist ja so groß also teilweise die werden ja überführt wie lauter bach dass der man lügen der betrüger die machen immer weiter sie machen immer weiter jetzt kann ich mich auch darüber echauffieren dagegen lieber in die position des sterns könnte man sagen ja okay ist ja auch nur eine sache von weg rennen aus meiner sicherheit mit bewusstsein und bewusstheit etwas zu tun sich selber selbst bewusst zu sein und ich glaube nicht falsch verstehen claudius da wird sich nicht ganz viel ändern wenn ich nur an der materie festhalte weil ich hatte heute eine metapher gebracht in meinem sendeformat habe ich gesagt das ist unsere generation die wir haben denk mal zurück vor 40 jahren 1983 was war los bei dir hattest du funktelefone wie sah dein laptop aus wie sein handy aus hattest du nicht gehabt wie sah dein leben aber aus gehen wir rein in die situation mit deinen freunden wurde mit einer freundin dich unter vollmund irgendwo geknutscht hast sag mal oder irgendeine reiche und im ferienlager warst oder wo auch immer du warst und jetzt gehst du noch mal 40 jahre zurück 43 haben wir noch nicht erlebt aber da war ein krieg noch voll im gange und dann gehen wir bis 1903 was will ich damit sagen nur von 40 zu 40 jahren ist alles verändert worden komplett alles das war undenkbar für den 43 da habe es noch nicht mal elvis also zwar sie nicht als sänger oder die beatles und wie sie alle hießen oder war eine ganz andere musik da war undenkbar dass da so ein typ ganz genial schwarze gelte haare rumrock 43 so und 83 hätte man dir was erzählt von irgendwelcher künstliche intelligenz und wo männer um ihr baut werden zu frauen hätte sie kein mensch vorstellen ich will damit nur sagen diese technische entwicklung hat der friedrich überragend über trans und posthumanismus in seinem buch geschrieben die geht ja so rasant also rasant heißt exponentiell geht die hoch und deswegen glaube ich dass das nicht aufzuhalten ist und wenn man sagt da wird der blitz hier irgendwie einschlagen diese veränderung an die glaube ich die es gibt die ist nicht von dieser welt wie jesus sagte er sagte mein reich ist nicht von dieser welt ist es inwändig in euch das heißt in uns drin und das sind die botschaften aller großen weisheitslehrer immer gewesen die du über alle religionen durch auch lesen kannst ist ein zustand der es in uns drin also sagt man die einheit gott was auch immer befindet sich in uns deswegen kann ich niemals im außen irgendeine lösung dafür finden weder beim politiker weder bei meinem nachbarn bei der zeitung bei wem auch immer so wir waren der meinung bei uns dass wir die weg einschlagen mit neo vor einem jahr mal damit begonnen wir sehen die resonanz viele leute findet toll ein großteil haben wir aber verloren muss ich dazu sagen ganz ehrlich offen großteil haben wir verloren die sich abgemeldet haben weil die wollen noch mit der misskabel rum rennen und das ist mir nicht gefallen wenn ich aber viele von denen beobachte die ich sehr mag wirklich sag mir was ist aus euch geworden die nehmen antidepressiva man einige haben sich solchen umgebracht und viele oder sind alkoholiker kommen mit dem leben nicht mehr klar und da sage ich mir das kann auch nicht sinn und zweck der sache sein wollte ich mal kurz einwachen sagt ihr dazu ja man ist das aus meiner sicht das entscheidende bei all dem was man erkennen kann immer zu sehen die krise ist auch die chance und diese zeit jetzt wo von außen umso mehr sich aufbaut was für die leute druck bedeutet ist umso mehr sozusagen die ganze zeit der hinweis von außen nach innen zu gucken so wie du jetzt auch sagst und seine eigenen traumata und ko zu bearbeiten und diese was du jetzt sagst mit der technischen entwicklung das muss man auch immer bei diesen was ich vorhin gesagt habe zu thema csd und ko sehen ich bin jetzt 25 die generation von mir ist so die erste ich habe so mein erstes handy mit zwölf bekommen und das konnte noch nicht viel außer dass bei uns bei infarot noch vernünftige rocklieder hin und her geschickt haben war noch eine ganz schöne zeit aber als ich 14 15 war da ging es los mit instagram und ko und die generationen die jetzt kommen die wachsen meistens seiten sechsten siebten lebensjahr mit dieser welt oft mit internet mit social media und ko und was das mit einem menschen macht wenn du von anfang an die ganze zeit von außen beurteilt wirst dich selber so darstellst und so weiter das ist eine welle die darauf und zuwollt von menschen die diesen inneren frieden noch nie erlebt haben und danach eigentlich suchen irgendwie was sich die meisten ja nicht vorstellen können und deshalb sozusagen immer mein appell empathisch zu sein und mit anderen menschen und so zu gucken was kann ich von dem anderen lernen man kann ja von jedem was lernen auch wenn da jemand steht bei dem ich sage man was das für ein idiot wieso denkt er so dann zeigt er mir auch sachen in mir die mich triggern wo ich selber was lernen kann wo ich selber ruhiger werden kann mit der situation umzunehmen ganz kurz ich muss mal kurz eingrätschen das kuriose ist ja eins man denkt ja immer hat man mal gesagt die leute sagt mal so wie wir damals 2020 die köpfe sei mal der sogenannten ich nenne die mal freidenker bewegung die sind ja ganz gefährlich für das system und deswegen wurden wir auch alle bekämpft ich sehe das ja nicht mehr so in wirklichkeit sind die nicht umsonst wurde jesus ja gekreuzigt die die wirklich liebe harmonie barmherzigkeit mitgefühl dass nicht nur predigen leben das sind die gefährlichsten die sind viel gefährlicher weil die andere seite muss da vorstellen die eine bekämpft die seite ja ob sie links oder rechts sind oben unten ist völlig egal aber in der polarität gibt es ja immer zwei seiten mann frau hell dunkel plus minus sonst existiert gar kein strom deswegen habe ich auch in der nachricht über csd gesagt ich kann nur lachen über die ganze mechanik ist natürlich für die wieder homophob ich sage ja wenn es nur plus plus gibt dann stößt sich eigentlich ab und die einheit darum geht es ja die einheit die wir nicht begreifen können also manche nennen die gott die ist zeitlos die ist ewig dieses ewige hier und jetzt wir sind der gefallen leben in der polarität das heißt also ich brauche ja eine vereinigung von plus und minus also man und frau um überhaupt die einheit erfahren zu brauchen zwei dinge um überhaupt einheit zu erfahren und wenn man sich anguckt was hier abläuft ich sage nur single haushalte ich sage nur emanzipation ich sage nur genau ich sage nur gender also für deutsch ihr braucht eigentlich gar kein ihr braucht mit einer cola light aspartam verseucht nur zu hause da sitzen floriert ihr floriert ihr schön die zähne danach alleine und da passt es schon das heißt aus meiner sicht kann das so theoretisch nicht funktionieren und deswegen sind die menschen die diesen weg den wir jetzt eigentlich einschlagen wahrscheinlich noch viel fährlicher für das system als alle anderen weil die bedingen sich nur gegeneinander verstehst du ich will gegen den kämpfen bedingt sich nur einfach mal meiner meinung aber das was ihr beide gerade gesagt habt ist nicht konträr zu dem was meine vision ist es bestätigt meine vision und ich sage euch auch warum weil ja beide aus meiner sicht zu 100 prozent recht und was friedrichs einschätzung anbelangt dass die die große suche nach der nach dem auffüllen der inneren leere gerade bei menschen unter 40 die die diese innere fülle vielleicht nie erlebt haben viele von denen weil sie die familie nicht hatten die großeltern nicht hatten eine fernsehfreie zeit nicht hatten eine mobilfunk freie zeit nicht hatten weil sie es nicht kannten dass der laden um 18 30 sich zu macht und so weiter ich glaube ich mache jetzt mal ein gedankensprung der aber reinpasst man hat uns damals gesagt mit der cd stirbt die langspielplatte und was war die letzten drei jahre dreimal hintereinander wurden mehr langspielplatten auf der welt verkauft als cds liegt auch daran dass kaum noch eine cds kauft aber die langspielplatte knallt hoch seit jahren seit zehn jahren immer mehr immer mehr das ist das ganz analog ist und ich bin fest davon überzeugt dass gott nicht der alte mann mit dem bart gott das gute gott in dir in mir in uns in den bäumen in den flüssen in den meeren das göttliche das gute dass gott sich durchsetzen wird und dass all die die immer irgendeinen führer suchen und das ist der führer bei der antifa das ist der führer bei freitas for future bei lost generation der führer bei putin der fuhrer die nach diesem führer suchen der den ihr gerade auch skizziert hat der die innere leere füllen möchte der wird letztendlich auch den nachlaufen die eine andere vision haben nämlich die vision der liebe der vergebung der verständigung des miteinander eine vision die ich für mich auch in anspruch nehmen auch wenn es jetzt pathetisch klingen mag aber auch für euch ich glaube dass wir keine sorge haben müssen vor der großen breiten masse die absichtlich verdummt und verblödet und hypnotisiert worden ist ich glaube dass diese große große breite masse bereit sein wird weil es genetisch im menschen drin ist analog zu leben und zu lieben ich bin fest davon überzeugt es wird kommen und dafür letzter satz und dafür muss es jetzt erstmal den weg gehen den wir alle zusammen in deutschland und der welt in europa gehen in die nächste große krise die gewollt ist und aber trotzdem ich glaube es geht analog weiter sehr schöne worte claudius glaube wir haben jetzt auch schon eine ganze menge wieder aufgegriffen insgesamt weil ich würde gerne noch natürlich die wichtigste frage weil die leute wirklich interessiert du bist der einzige der von uns unsere schöne oder nicht schöne hauptstadt besiedelt löwe oder wildschwein also das finde ich ja robert hat so schön abgearbeitet robert matuschewski robert sagt böse zungen sagen ihr ihr wisst nicht was mann und was frau ist und ihr wisst nicht was wildschwein und was löwe ist und dann kommt der oberknaller es war ein hell ein helf wörtlich hellfälliges wildschwein also erst mal hat ein wildschwein kein fell sondern borsten und es ist natürlich es steckt irgendwas anderes dahinter ähnlich wie mit dem sprengplatz im grunewald wo ja acht tage die autobahn die fernbahn und die s-bahn gesperrt war weil der gesamte wald abgebrannt ist die welt darüber berichtet nun kenne ich jemand der da sehr nah dran wohnt also sehr nah dran wohnt und ich selber geht auch immer spazieren und komischerweise als wieder alles offen war war kein baum verbrannt also man kann das besichtigen wenn der wald zehn tage gebrannt hat also richtig lichterloh da müssten da auch bäume weg sein die sind aber alle da also mit anderen das was man uns da erzählt hat ist das gleiche was man es mit dem wildschwein erzählt hat es ist eine ablenkung ist eine rauchbombe eine blendgranate um irgendwas anderes zu machen ich weiß nicht was ich will nicht spekulieren aber da wurde ganz sicher doch ja kann man spekulieren im endeffekt hat das thema nicht oft gegriffen habe da nichts gemacht weil es eigentlich lächerlich da springst du auf jeden stock hin den sie die hinschmeißen wird jetzt nur meiner region ist da sind sehen ohne ende und haben sowieso alles ausgetrocknet ausgetrocknet und ich bin hingekommen also so hoch war das wasser noch nie der wasserstand bei mir sind mehrere sehen in der auch heute auch heute ich war heute schwimmen also gehen tag einmal mindestens schwimmen das für mich das größte weil es übrigens gibt kann ich allen nur empfehlen abends ist aus meiner sicht das schönste wenn keiner da ist und die sonne gerade am untergehen ist und du schwimmst richtung sonne aber jetzt kurz zurück zu der geschichte versteht schon dass man so ein bisschen angeträgert ist was könnte sein natürlich habe ich links rechts mal geguckt und ihr kennt vielleicht auch die geschichten finde ich viel spannender in meinen büchern damals habe ich immer verarbeitet warsche ist übrigens zum beispiel ganz kurz 87 war das nie vergessen habe ich im radio gehört barsche hat sich getroffen mit waffenhändlern in gemf diese meldung habe ich genau einmal nur gehört da war die weg einmal und damals habe ich schon gewusst da haut irgendwann nicht hin so und hier ging es ja darum dass ja das angebliche wild also der tiger wurde ja der löw die löwen wurde er in klein mach nur irgendwo gesehen und der sohn von den großen remo chef so viel war muss man sagen hat instagram nach wer sicher postet dass der löwe weg ist wo man weiß dass der so wie siegfried und reu so was der tatsache hält und die ganz durch zufall auch klein machen und wohnen und bitte nicht erschießen den löwen so und jetzt geht aber eins los da ist also sagen wir kriminelle clans die ja nur hier machen können weil sie wollen in deutschland vom steuerzahler letztendlich jetzt ein riesen einsatz bezahlt wird der richtig geld kostet damit er quasi sein löwen oder seine löwen wieder zurückbekommt so das ist eine story die kann ich mir vorstellen dass die tatsache so gewesen ist also sagt man sich jetzt verdrehen wir das wieder mit einem wildschwein wichtig ist die leute die müssen immer unterhalten werden unterhalten unten gehalten werden vergleichbar wie im sommer ihr kennt es oder bei fußball wm em da wurden die meisten gesetze durchgewunken immer da wo die wenigsten abgeordneten da waren läuft schon seit jahrzehnten so ab es ist nur ein sommerloch und es ist unwichtig überhaupt aus meiner sicht aufmerksamkeit der sache zu widmen meiner sicht viel schlimmer ist ja die frage ich da lege jetzt noch mal trotzdem an dich claulis du bist der politikexperte zwischen uns wie kann das sein da bist du wirklich tiefer drin als wir beide zusammen das nach seit corona ist ja alles aufgeflogen alles also quasi selbst die medien haben darüber berichtet über die impfschäden über lügen über die masken wie jetzt und so weiter wie kann es sein dass die politiker alle noch in ihren positionen sitzen wie kann es sein ich erinnere ganz kurz dran an die zeit von björn engholm wo björn engholm gegen kohl angetreten ist und der wäre auch kanzler damals der war ein charismatischer mann 1990 und da ist rausgekommen dass er nur wusste von der von dem medienreferent pfeiffer damals mit der abhör geschichte und er hat die logen damals per eidestadt der weiß nichts davon so und der mann hat also logen das kommt raus und sagt okay dann trete ich zurück obwohl er eigentlich bundeskanzler geworden wäre jetzt fragt man sich ist das jetzt ein garant für die politik nicht reden zu können deutsch lügen zu können bis die balken biegen fettern wirtschaft zu betreiben ist mittlerweile im jahre 2023 garant und meine frage jetzt warum passiert da eigentlich nichts also ich denke dass die mainstream medien ich nenne sie jetzt mal so alle so dermaßen gekauft sind und so dermaßen am tropf der steuergelder hängen und auch so koopiert sind es ist die afd die alternative für deutschland hat es ja nun aufgedeckt wie viel gelder im sechsstelligen bereich von bundesministerien an moderatoren gezahlt werden für beratung und für moderation und wo es dann auch noch wo das auch noch in die rubrik geheimhaltung gesteckt wurde was ich unanständig finde es die legitimierung des staates wenn das geheim gehalten wird was mit unseren steuergeldern passiert ich glaube es läuft so ab der der journalist schreibt einen artikel der ist wohlwollend und er weiß dass damit sein arbeitsplatz sicher ist weil die regierung wieder anzeigen schaltet gibt es keine chance oder gegen homophobie oder für die spritzkampagne oder irgendwas anders inzwischen ist es ja so dass die print medien längst pleite wären alle wenn es nicht steuergelder geben würde für riesen anzeigen kampagnen wo keine rabatte gegeben werden und es ist auch bekannt dass die dass die öffentlich rechtlichen gebühren über zehn milliarden inzwischen ausmachen und das ist einfach so da ist so viel geld da ist die die verdienen so viel geld da sind so viele arbeitsplätze dran und jeder einzelne weiß wenn ich hier ausschere und sage der lauterbach hat gelogen und so weiter bin ich bin ich weg ist der job weg bin ich raus macht es der andere ich glaube dass wir hier dieses dieses so wie wir es bei den massen gesehen haben wie die wurstverkäuferin die leute angeschrien hat setz die maske auf so ist es in fast allen bereichen 80 prozent der leute machen mit sie machen mit und wenn sie noch gut daran verdienen machen sie weiter mit und sie werden auch bei der nächsten pandemie mitmachen sie werden auch bei der hitze geschichten mitmachen sie machen bei allen mit so wie sie vor 90 jahren mitgemacht hat okay würdest du noch was sagen bin der meinung für die erste sendung reicht eigentlich aus und nicht für die leute tot zu reden erstmal danke die die zeit überhaupt hatte heute teilzunehmen doch an die zuschauer dass ihr uns vertraut und weiterhin auch dieses format weiterverfolgt hat jeder von euch beinig bin jetzt durch kann nur sagen gute energie vibrations sowie die beachpresses jason haben damals gut bei welchen hast du noch was zu sagen friedrich letzte botschaft und cloud ist danach ja an die leute vielleicht noch wenn ihr irgendwelche themen habt die euch interessieren würden wo wir auch ihr merkt ja dass unterschiedliche meinungen untereinander auf das und das ist ja auch der sinn der ganzen sache wenn wir uns jetzt ja alle in baupinseln die ganze zeit ist auch kämen geholfen schreibt gerne in die kommentare wenn irgendwelche themen sind die von interesse sind in zukunft und ja ansonsten bedanke ich mich bei euch und ach so viele leute vielleicht noch interessant wir werden jetzt wöchentlich bringen für euch die ganze sache und zwar immer auf einem unserer kanäle also der heiko hat ja seinen eigenen kanal ich habe meinen eigenen kanal und auch claudius weil beziehungsweise claudius darf zu gast sein auf einem kanal sagen wir mal so und wir werden euch sozusagen mal informieren wo das in der woche dann kommt dass wir immer durch rotieren in diesem sinne von meiner seite aus erstmal dankeschön ja auf jeden fall ich fühle mich wirklich geehrt mit euch was zusammen machen zu können heiko ist ja schon immer mein held schon lange 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 und lieber friedrich ich habe es ja neulich schon in unserer gemeinsamen sendung über dein tolles neues buch gesagt du gibst mir wirklich hoffnung dass nicht hopfen und malz verloren ist in unserem land und liebe zuschauer ihr seid das weiß ich jetzt schon ihr seid genau das tolle publikum was ich von friedrich heiko und von mir kenne ihr seid großartig und dank euch ist es überhaupt möglich dass wir hier sowas machen ihr gebt uns auch kraft ich denke ich spreche für die anderen beiden ihr motiviert uns auch und ich sage schaut euch mal an heiko und ich haben eine völlig unterschiedliche meinung was es anbelangt zum beispiel wählen zu gehen ich sage geht wählen er sagt geht nicht wählen und wir sind trotzdem kann ich sagen freunde habe ich nie gesagt geht nicht wählen und hier sagt ich gehe nicht wählen das große unterschied gut entschuldige aber inhaltlich nicht ganz falsch so also er geht nicht wählen aber ich gehe wählen und das finde ich so großartig dass wir auch hier vorleben können dass man nicht immer einer meinung sein muss und kann und trotzdem dass man gemeinsam das ziel hat und und ich denke das ist für uns alle auch ein schönes beispiel wir müssen nicht immer mit unserem nachbarn unserem chef unserem partner einer meinung sein aber das ziel ist doch das gleiche und gemeinsam mit euch liebe zuschauer werden wir das ziel ein besseres land und eine bessere welt gestalten und erreichen punkt dankeschön in diesem sinne alles liebe danke fürs zuschauen bis zur nächsten sendung sichere dir jetzt eine der letzten ausgaben der brisanten neuerscheinung das ende der uns bekannten welt und lerne die geheimen hintergründe der aktuellen veränderungen unserer welt kennen mit kapiteln wie dna die hohe dimension in uns genetik von den toten auferstehen meint upload die digitalisierung der spezies der übermensch hitler und der traum der knechtschaft und vielen weiteren spannenden enthüllungen unserer aktuellen zeit dieses buch ist wahrhafter sprengstoff der die lügen der machthaber gnadenlos entlarvt und zum selbstständigen nachdenken anregt doch vorsicht die herausfordernden kapitel eignen sich nur für menschen die bereit sind der wahrheit ins auge zu blicken und ihr weltbild zu hinterfragen